Während man in Europa immer mehr Gebäude, Fabriken und Firmen immer näher an Flüsse baut und dann bei Hochwasser alles unter Wasser steht, beziehungsweise man Dämme aus Erde einschüttert, die dann brechen, wenn sie mal wirklich belastet sind und sind wir uns mal ehrlich, all der Hochwasserschutz ist immer auf 100 Jahre ausgelegt und immer wieder wird es mal einen stärkeren geben, Hochwasser, macht man in Amerika das umgekehrt. Da hat man riesige Waldflächen, ich höre gerade, es brennt eine Fläche dreimal so groß wie Wien und es gibt dazwischen keine Brandschutzschneisen und das wissen die Amerikaner ja auch schon länger. Also es ist sehr schwer verständlich, warum man nicht in einfache, logische Lösungen investiert, anstatt jedes Jahr dieselben Probleme zu haben. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem Rostringstedtchener-Lenkbar im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Sieben herum, sieben am Abend und um halb acht ruft mich eine Kundin an und da war ich dann zwei Stunden per Fernwartung beschäftigt und habe festgestellt, dass Firefox Dinge nicht kann, von denen keiner glaubt, dass es sie nicht kann. Egal, speziell für Schemas mit hohem Kontrast für Personen, die nicht so gut sehen können oder fast nicht mehr sehen können. Au weh, dann haben wir doch auf Edge Chroninum umgestellt und da ist dann doch früher oder später alles gegangen und da war schon alles durchprobiert mit Customized Styles. Egal, während die Leute frühstücken und ich ein kleines Stück Käse gegessen habe, habe ich mich wieder zu meinem Black Cat gesetzt und werde dann noch ein paar Steinchen drauf bauen und hoffe, dass meine Frau bald kommt und dann werde ich mit ihr gemeinsam arbeiten. So machen wir das. Nach mehrfacher Aufforderung meiner Kinder soll ich die Eulen auf YouTube geben und sie wollen da auf uns mit. Was soll man machen? Das ist ein Wenzel und das sind zwei Eulen, die er gestern beim Ferienspiel gebastelt hat. Sehr interessante Konstruktion auf einem Teller. Einen Teller. Einen achtförmigen Teller mit Hintern. Und der andere Herr Schmatz, können Sie das bitte umdrehen, damit wir es schön sehen können. Papa, jetzt bei der Eule ist schon die Batterie ausgegangen. Gibt ja nicht. Schau. Oh, zunkel. Diese Eulen können leuchten in allen Farben. Du, drehst du es mal, dass ich es zeigen kann? Hat er selbst persönlich gestern gemacht, mit Unterstützung schätze ich mal. Ja. Und dann gibt es noch diese Zusatzlampions, aus denen man noch ganz viele Eulen machen kann. Ich habe keine Teile mehr, deswegen kann ich keine mehr machen. Oh, weh. Wir sind im Auto, die Diskussion über die Hollerblüten ist entbrannt. Unglaublich. Und wir fahren jetzt zum Griechen. Wir sind doch alle Griechen. Wir waren schon ewig nicht mehr bei der Familie Asimis. Im goldenen Löwengriechen. Tja, das mit der Kamera haut ja überhaupt nicht hin heute. Wieso denn das? Ja. Und da fahren wir jetzt hin. Und danach war ich... Agnes, du hast es kaputt gemacht. Tja. Auf einmal jetzt hin, werden wir was Gutes essen. Vielleicht entiert es wieder ein bisschen zu überausmäßigen Fettmengen. Das haben die Griechen manchmal so an sich. So wie die Türken zum... Es ist unglaublich mit der Kamera. Es ist einfach. So wie die Türken zum Zwiebel tendieren, die Griechen zum Fett. Aber ein Tzatziki würde mir, glaube ich, heute schmecken. War aber blöd, weil wir haben Gurke zu Hause. Wir haben Joghurt zu Hause. Und Knoblauch. Wir könnten das selber machen. Höre ich da einen Arbeitsauftrag, Wenzel? Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Schau kann. Ja. Ich wurde eben angerufen von einer Plus 45 Telefonnummer. Und da bin ich gleich mal sehr skeptisch, wenn mich jemand von was anderen als Plus 45, Plus 43, also von was anderen als Plus 43, Plus 49 oder Plus 39 anruft. Da bin ich schon mal höchst skeptisch. Und dann hat mich eine Frau gefragt, ob ich hier drei Fragen beantworte. Da hatten dann eigentlich vier Fragen. Bezüglich der Wirtschaft. Dann hat sie gefragt, ob ich denke, dass die Börse wichtig ist für die Wirtschaft. Und ich habe gesagt, na, überhaupt nicht. Die Börse braucht kein Mensch. Dann hat sie gefragt, ob ich schon mal mit der Börse zu tun hatte. Da habe ich gesagt, na, interessiert mich nicht die Bohle. Und dann hat sie gefragt, ob ich das vielleicht tun möchte. Da habe ich gesagt, nein, das interessiert mich nicht die Bohle. Und dann hat sie mir einen schönen Tag gewünschen. So war das Telefonat. Schön, oder? Ja, ich freue mich. Ich telefoniere gerne. Ich habe heute schon mehrfach telefoniert. Mit ganz lieben Leuten auch. Und ich habe heute schon E-Mails geschrieben. E-Mails, wie ich sie noch nie geschrieben habe. Ich bin der E-Mail-Schreiber von und zu überhaupt. Und meine Frau ist wieder da. Die war im Dienst, jetzt ist sie da. Jetzt gehen wir essen. So machen wir das. Wie geht es dir, Agnes? Machst du die Kamera aus? Sie lächelt und sagt, ich soll die Kamera ausmachen. Dann mache ich das doch. Wenn meine Frau sich das wünscht, mache ich das von und zu überhaupt. Die haben Salat gebracht. Die Kinder sind schulternd, die essen gigantes. Dann haben sie noch Halloumi gebracht. Das schaut ja so richtig toll aus. Den habe ich in sehr guter Erinnerung. Dann haben sie Halloumi gebracht. Ah ja, und Halloumi haben sie gebracht. Und da gibt es noch die Zucchini, heißt das. Die schauen auch besonders lecker aus. Und dann fehlt noch. Die Gantes sind gekommen. Schauen auch sehr lecker aus. Und hier, das ist das Menü, das ich mir bestellt habe. Das heißt, Krisi, Krasi oder irgendwie so. Mit einer Tomate, mit Reis und nochmal Reis und Kartoffeln. Und da ist nochmal Kartoffeln. Und das ist mein Saison. Ich war ja länger nicht bei dem Griechen zum goldenen Lügen. Und früher waren wir sehr oft. Im Laufe der Zeit ist mir das Essen damals zu fett geworden. Und heute waren wir da. Und ich sage es euch. Wow, war das gut. Ich habe dieses Menü gegessen mit diesem Paprika, Tomaten, Reis gefüllt. Wow, war das gut. Und nicht fett? Von und zu überhaupt nicht. Kann man das sehr empfehlen. Hallome, perfekt. Gigantes, naja, Bohnen halt. Ansonsten, Zucchini, auch sehr attrakt. Kann ich nur sagen, ich bin von und zu überhaupt entbegeistert. Ist wirklich gelungen. Kann man so sagen. Kann man hergehen. Ja, so kann man es so zu sagen. Wasser kostet nichts. Gut, das finde ich immer gut. Wenn Wasser nichts kostet. Alles nur Bohnen. So ist es. Nachdem das leckere Essen vom Griechen nicht so fett und nicht so intensiv war, wie erwartet, hat meine Frau gesagt, jetzt testen wir YouTube. Wie viel Fett hält YouTube aus? Und dann hat sie gesagt, ich mache Schlagobers. Und damit das Schlagobers nicht so am Tisch klebt, hat sie darunter eine Schicht aus zerkleinerten Butterkeksen. Lach nicht so. Zerkleinerten Butterkeksen in einen Topf mit Butter. Ja, mit Butter hat sie die, was hast du gemacht? Aufgehäckst? Nein, ich habe die Butter geschmolzen und mit den Bröseln, die man aus Butterkeksen machen kann, vermischt. Was ist da nicht drinnen? Butter, oder? Butter ist schon drin. Hat sie dann Butter mit Butterkeksen beschmiert mit Schlagobers. Obas. Und Joghurt nicht vergessen. Und Joghurt. Schlagobers und Joghurt. Und damit es jetzt nicht zu fett wird, hat sie eine Menge Zucker reingeschmissen. Und das liegt jetzt hier. Und sie hat mir ungefähr so ein 2x5 cm großes Stück gegeben. Ich habe es gegessen. Mir ist jetzt schon schlecht. Es ist unglaublich. Und ich werde jetzt noch weiter essen. Wir testen jetzt, ob YouTube Butterkeks, Butter mit Zucker Schlagobers aus hält. Es ist unglaublich. Aber ich bin gerade gut drauf. Denn wir haben gerade einen schweren Schritt hinter uns gebracht. Wir haben unser Leben in die Hand genommen. Und die Kinder sind fröhlich und bald im Bett. Ja, bald im Bett. Hurra. Wett und Zucker. Mein Mann wird gerade wieder manisch. Vorsicht. Und ich habe gerade ein Telefonat mit einer wirklich, wirklich, wirklich ganz netten, ganz besonders super tollen Frau geführt. Und davor habe ich schon ein Telefonat mit einer sehr netten, tollen Frau geführt. Und ich habe noch ein anderes Telefonat, ein drittes, mit noch einer dritten, tollen Frau geführt. Und ich habe neben mir die tollste Frau von uns überhaupt sitzen. Vier Frauen an einem Tag Butter, Butter, Schlagobers Zucker. Was brauche ich noch sagen? Laborbestätigte Fälle am 21.07. 400. Gestern 353. Verstorbene 2. 157 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist damit bei 26,8. 650.313 Laborbestätigte Fälle. 6.151 aktive Fälle inklusive Spital. 82 im Spital ohne Intensiv. 40 auf der Intensiv. 62.606.905 durchgeführte Testungen. 10.523 Verstorbene. 633.639 Genesene. Ja, ich bin noch immer auf Zucker. Ich habe heute so viel Familiendokumentation und Essen. Und in der Schule war ich und habe mich mit den Smartboards weiter auseinandergesetzt. Spannende Dinge, die ich da wieder gelernt habe. Ich sage es euch, unglaublich. Ja, habe ich viel getan. Ja, nicht gemacht habe ich Videoschneiden. Mit Ausnahme des Kindergarten-Updates für diese Woche habe ich diese Woche schon... Boah, bin ich schon wieder hinten nach. Das ist ja schon übermorgen. Heute ist doch Mittwoch dann... Hab ich noch keine Videos geschnitten. Vielleicht gehe ich das jetzt dann noch an. Dann muss ich meinen Sohn noch beim Mühlespiel besiegen. Er schaut ganz fröhlich herüber, weil er sich schon darauf freut. Und damit halte ich das schon wieder ganz kurz. Ich muss nämlich das Schlagobers und die Butter im Magen verkraften. Boah, meine Frau ist so verrückt. Ich meine, sie kennt ein bisschen Mehl, ein bisschen Knäckebrot oder gepoppten Reis und dann diese Creme drauf. Das wäre gerade noch akzeptabel. Aber auf Butter, Butter geht es. Also das ist schon eine. Das ist so etwas wie, da gibt es dieses Essen, diese Quisch. Die Quisch, die macht man doch auf diesen Mehlfettteig. Also auch ein Moch, aber so richtig mit mehr Moch als ein. So ähnlich schmeckt der Grund. Bis du. Ich glaube, ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Video fortzusetzen und sage, bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier auf diesem verrückten YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ah!